Ich habe mich eben online auf der PNC Homepage für das duale Studium beworben. Dann wurde ich eingeladen hier in die Zentrale und hatte ein Gruppengespräch, so ein Kennenlernen mal allgemein. Dann hat auch noch an dem Tag ein Computertest stattgefunden. Dann wurden mehrere Themenbereiche abgefragt. Ich glaube, dass es auf jeden Fall sehr hilft, wenn man sich einfach noch einmal über die Branche im Allgemeinen, den Handel informiert. Was sind da vielleicht gerade die Herausforderungen? Was tut sich? Natürlich, gerade wenn man in den Einkauf, aber auch in den Verkauf möchte, Mode ist wichtig. Das heißt, da kommen auch Fragen, dass man sich da einfach noch mal zu Trends und aktuellen Themen vielleicht informiert. Also der Dresscode ist bei PNC wie bei jedem Unternehmen auch natürlich von Bedeutung. Das ist der erste Eindruck, den man vermittelt. Was ich nur als Rat geben kann, ist, dass man sich wohlfühlt in dem, was man trägt. Wenn man sich interessiert für ein Unternehmen, hat man eh schon ein paar Inputs, aber dann vielleicht nochmal über die Geschichte oder was wirklich das Unternehmen ausmacht. Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass man Spontanität mitbringt, weil das macht einen dann im Endeffekt aus und sympathisch. Man wird so viel gefragt und man hat auch immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und ich glaube, das sollte man auf jeden Fall wahrnehmen, weil das auch immer davon zeigt, dass man interessiert ist.